Hallo Leute, heute fang ich mit dem Video an. Also, wie immer, ich bin's Goscha und gerade eben ist meine coole Bandana angekommen. Guckt euch sie an. Ja, da ist sie, so hübsch ist sie. Und ich küsse euch noch gleich. Guckt euch mich an, lieber von der Nähe. Äh, ich glaube es ist so nah. So, ich glaube es ist so besser. Ja, guckt euch sie an, sie steht mir mega gut. Also die ist so hübsch, so wunderschön. Ja, also, ich mag jetzt mal Werbung. Die Bandana ist von der Marke Buddy Bandana. Die habe ich auf Instagram gefunden. Und dann haben sie mir einen Rabatt gegeben. Und ja, natürlich habe ich sie sofort gekauft. Weil sie haben mir einen Rabatt von 10 Euro gegeben. Also, ja, wenn ihr auch einen Rabatt möchtet, dann könnt ihr sie ja fragen. Oder sie sagt so oder so, ihr bekommt ein Band, einen Rabatt. Oder keine Ahnung. Also bei mir war es auf jeden Fall so. Also, wie auch immer. Ähm, eine Frage. Schreibt in die Kommentare, steht mir eigentlich die Bandana oder eher nicht? Hm, ich glaube, steht mir eher. Also, ich finde sie wunderschön. So hübsch ist sie. Ja, so hübsch. Oh, ich bekomme ein Leckerli sogar. Oh, wie cool. Also, heute geht es nur um Milch. Milch, 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 Milch. Also, das ist mega cool. Mama sieht mir mal die Bandana aus. Die sieht mega hübsch aus. Kaukt euch die an. Mama hat mir eigentlich eine andere Bandana genäht. Die war so schwarz. Aber, die habe ich sofort aufgefressen. Die war einfach so cool zum Essen. Aber, die werde ich, glaube ich, nicht essen. Guckt euch. Der Boden, der schmeckt irgendwie so lecker. War da vielleicht irgendeine Klazatte? Hm, nein, ich glaube, das war eher auf dem Boden. Wie auch immer. Guckt euch jetzt die Bandana an. Innoviert das Haus. Und bla bla bla. Meine Fräuse sieht wunderschön aus. Habe ich nicht recht, Leute? Ich schnaufe wie ein Verrückter. Ich war gerade eben Gassi. Und so wie immer sind meine lieben Zähne so hübsch. Ja, und ich hasse es, wenn man meine Zähne anfasst. Wirklich, diese Hand geht überall hin. Wirklich überall. Also, sie hat bestimmt viele Bakterien. Also möchte ich sie mir nicht in den Mund reinnehmen. Ja? Nein, Tina, mach die Kamera etwas leerer. Doch nicht so nah. Hm, ja, so ist es perfekt. Also, Mama wird mir jetzt wieder diese komische Bandana anziehen. Also ich finde sie mega so schön kariert. Und sie passt sogar für meine Oma zum T-Shirt. Dann ziehen sie mir wieder mal an. Na, Goscha, die Bandana ist doch wunderschön. Na, Goscha. Na, Goscha. Ja, Leute. Wenn ihr neu in meinem Kanal seid, dann bitte aktiviert die Glocke, abonniert meinen Kanal und liked das Video. Also, das werde ich noch am Ende sagen. Weil ich einfach so sehr euch liebe und ich möchte, dass ihr das einfach macht. Mama, warum hast du mal wieder meine Zähne an? Ich hasse es doch. Du weißt es. Du weißt es ganz genau. Aber tu die Kamera etwas weiter nach hinten. Nicht so weit weg. Ein bisschen näher. Ja, so viel besser. Also, werden wir mal ein bisschen rumlaufen. Ey, Mama, du bist so weit weg. Oh, dieser Kleine. Goscha. Mama, was möchtest du wohl? Darf ich nicht mehr ein bisschen schlafen oder was? Ich bin ein hübscher Junge, das weiß ich. Ja, du hast doch nicht dein Leckerli dran. Da ist doch nicht ein Leckerli. Da ist doch kein Leckerli. Ja, Kleiner, da ist ein Leckerli. Da ist ein Leckerli. Nein. Die bekommst du nur, wenn du mir folgst. Ja? Also, komm mal. Steh auf. Zeig nochmal den anderen die Bandana. Ja, Leute, das ist die Bandana. Wie oft soll ich das noch sagen? Diese Augen, sagen die nein. Also, bekomme ich natürlich ein Leckerli. Ja, bravo, Junge. No, bravo, Junge. Ja, bravo, Junge. Irgendwo geht einfach diese Familie. Die ist so komisch. Und sie wird immer lauter. Ja, Mama tanzt gerade rum wie eine Verrückte. Und, ja, die Mutter von meiner Mutter, die redet mit ihrer Schwester. Mama, fass doch meine Schnauze nicht an. Okay, und jetzt kraul mich bitte. Du weißt, dass ich es liebe. Ja, so, bitte da. Du bist einfach nur der Beste damit. Oh, ja, so, das ist schön. Sehr schön. Früher waren meine Pfoten immer pink, aber jetzt sind sie schwarz geworden. Vielleicht laufe ich einfach zufrieden auf den Boden. Der ist ja eh dreckig. Ja, Mama? Ja, die Nase, die ist wunderschön, meinte ich. Hihi. Ja, Mama, hör doch jetzt auf, mit der Kamera so rumzuwackeln. Ich kann's doch alleine. Gib mir mal die Kamera in die Hand. Ich lass mich nicht halten. Das wird nicht funktionieren. Das wird obersten nicht. Und das passiert jeden Tag. Tschüss. Tschüss. Der geht, oh, dieser kleine Junge, der geht immer vor mir weg. Komm mal her. Sag mal, wo du kommst. Okay, aber nur, weil die Kamera da ist, komme ich zu dir, ja? Ja. Ja, ich will einfach heute mal beendet werden. So ist doch viel besser, oder? Und zieh mal diese Bandane aus. Sie rät schon auf. Oh ja, Leute. Ich glaub, Gott, ich hab's euch schon erzählt. Die Bandana, die ist endlich angekommen. Von der Marke Body Bandana. Hier steht's nochmal. Ich kann euch hier gleich die Kiste zeigen. Ja, zeig's dir ein bisschen. Ich würde schon mal gleich schlafen. Also, viel Spaß damit, Dina. Die Bandana wird sicherlich gleich wiederkommen. Ja, ich will sicherlich gleich wiederkommen. Die Bandana wird jetzt nur noch alles durchgedeckt. Wegen dem ganzen Zimmer von den anderen Geschwistern. Und da, da sind wir wieder. Das war der Paket, wo ich die Bandana aufgemacht habe, Leute. Also, hier ist nochmal so das Schild. Und, äh, 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 äh. Ich suche jetzt nur noch was. Wo's? Achso, stimmt. Hier. Das hab ich schon auf meine Instagram-Story gepasst. Also noch nicht. Das mach ich erst morgen. Also, vielen Dank für deine Unterstützung. Der Einkauf hat dazu beigetragen, Hunde in die Hand zu unterstützen und zu füttern. Um über unsere Spende auf dem Laufenden zu bleiben, folge uns auf Instagram. Abonniere unsere New Letter oder schau auf unsere Spendeseite unter www.bandana.de Vorbei. Wir würden uns freuen, dich und deine Vierbeiner-Freunde auf Instagram zu posten. Schicke uns gerne Fotos, die du mit uns teilen möchtest, per E-Mail an sukeal-bodybandana.de Punkt. Ja. Instagram steht hier bodybandana-e Ja, den hab ich schon längst gefolgt und da E-Mail könnt ihr schnell durchlesen. Ja. Das ist, ähm, der links der Bons. Ja, kommen wir mal zurück zu den hübschen Boschern. Und BAM heute, da bin ich wieder. Also, ich glaub, es war's mit dem Video, denn es wird alles zu langweilig. Aber ich würde jetzt nur schlafen, weil ich brauch jetzt meine Zeit für mich allein. Also, das war's mit dem Video. Gebt bitte diesem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert den Klocken. Schreibt in den Kommentaren, ob ihr auch so eine Bandana wollt, wenn ihr überhaupt einen Hund habt. Also, so einen schönen Begleiter wie ich. Wenn ihr keinen habt, dann holt euch doch einen. Wenn ihr ein Kind seid und eure Eltern in den Kommentaren sagen, dann überzeugt, überzeugt bitte die Eltern von diesem Video. Die werden bestimmt ja sagen. Oder, ich kann es auch klären. Das wird bestimmt bei mir funktionieren. Also, ja, bei der Mama hat es ziemlich lange gedauert. Hat sie mir erzählt. Und dann werdet ihr bestimmt solche hübschen Bandanas für den Hund kaufen. Also, für den treuen Begleiter. Also, tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.